Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hood Outlaws and Legends. Mit dabei sind wir natürlich auch noch Raccoon Union-Büde. Hallo. Ja, hallo. So. Mensch, ich war auch die ganze Zeit da. Ich weiß nicht, wo war das nütz. Dann können wir anfangen. Ja. Ja. Und mit dabei ist natürlich auch noch der Chat. Hallo, Chat. Chat passt besonders gut auf. Okay, ich hab ja einen kaputt gemacht eben. Ja gut, okay. Ich hab gut gespielt. Da vorne. Crossbow hier. Crossbow hier. Ah, Crossbow hier. Crossbow hier. Ähm, ähm, ich hab kein Versteck. Ich hab kein Versteck, ich hab kein Versteck. Mach den meine weg. Crossbow hier. Ah, Crossbow hier. Das ist doch sehr schön. Hier ist niemand. Warte, ich lenke hier ab. Warte, warte, warte. Oh, ich hab schon wehe. Oh, warte. Was ist das? Was? Was? Alter. Warum warst du denn so... Was hast du denn so... Was hast du denn so... Was hast du denn gut gemacht? Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt, warum die da zuworte. Hat nicht geklappt. Na toll. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wie laut die da aber auch sind. Die haben schon A und B eingenommen. So, die anderen aber auch... Oh, da ist ja einer vor uns. Na, wir wollten ja nichts mehr leiser gehen. Mit Laufen hätten wir wahrscheinlich auch einiges eingenommen. Das ist natürlich aber auch ein Nachteil für uns. Ja, warum? Wir können uns jetzt ranschleichen? Die wissen ja noch nicht, wo wir sind. Wenn wir nicht laut sind. Oh. Wenn ich glaube, wenn die Minimap rot blinken, glaube ich, sehen die uns auch. Ja, ist irgendwie alarmmäßig, glaube ich, irgendwas. Ist da einer? Ist der weg? Was? Alter. Ich helf mal gut. Keine Ausdauer. So, ja, ich mach mal auf. Äh, da ist jemand. Wo ist einer? Ah, nee, das ist gut. Der andere auf der Brücke. Wo hinten kommt einer. Ja. Danke, Alter. Danke. Hier, stell dir meinen auf. Ich hab gedacht, der ist halt eine durch. Hey, warum die da leer? Ich war nicht da. Bin wieder versteckt. Könnt ihr mir gleich die Tür aufmachen, oder? Klar kann ich das. Möchtest du das? Möchtest du das wirklich? Kommst du? Ja, warte. Ja, aber für diese, diese Meuchelmörder muss, äh, Meuchelmörder musste man eh drücken, oder nicht? Ja. Wenn man da hinten dran war. Ja, aber nur, dass du halt nicht gesehen wurdest, glaube ich. Ja, ja, aber es geht jetzt auch nicht anders. Wie will einer? Ich weiß nicht. Heiter. gar nicht mehr so viel leben soll ich euch beide heilen mit meiner fähigkeit oder wäre das verschwendung muss nicht gehalten schon gut ist verschwendung da oben war es auf dem fall welche wollen wir versuchen b einzunehmen würde ich sagen ja ja weil die sind ja schon wieder laut in den schlüssel ja schlüssel schmüffel nein sie haben den schlüssel da ist ein tor ich habe einen tormarkt hier guck mal voll cool wir sind in der kirche also so und ich habe mir auf und zu ja auch wer so dass man b einnehmen gehen oder wie eine gute ausgangsposition wenn wir noch kriegen vermutlich extrahieren die ganze links an aber über die leiter hier oder hier oben rumgehen gucken wir oben ja über die burgmauer hier oben geht es eigentlich hat ich kann die noch mal ablenken ob die taktik jetzt gute hier muss einer sein unterlassen perfekt was denn über deine aktion ich denke noch mal schön ich wusste ich kann ich das angebung für ein kleidfeier unterwegs so und dann a würde ich sagen das ausgangssperre vermutlich sollten wir gleich die leute am extrahieren stören oder ja ich glaube wir sollten jetzt langsam mal hin wir sollten vorher erstmal einnehmen kann das einer von den leisenden dass wir die beim ah siehst du meine fähigkeit war ja auch noch ich bin blind wie ein wurm da war einer hinterher gehe ich wieder da geguckt ich kann nicht wenn einer guckt da kommt einer runter ja ich glaube der geht in die andere richtung kann ich naja gut nein ich hab doch gar nicht kugel da hinten ist dieser komischer mönch äh der rennt auf mich zu ich hab mich ab und spieler getötet wenn den john alter kann man nicht auch aufbrechen ja ich geh kurbeln ich bin schon wieder tot diesmal aber durch die gegner scheiße ist noch einer ja scheiße okay bringt gar nichts was verschleiert ja überhaupt nicht ich krieg die ulti nicht an ich hab die ulti an ich hab die ulti an die haben mehrere die haben mehrere das hat sich angehört wie ham yong ting tiang hab ich nur verstanden eben ich hab gesagt ich krieg die ulti nicht an ach so weil ich die ulti durchgesplammt hab weil ich die ulti durchgesplammt hab wir müssen denn eigentlich A erstmal wegnehmen Leute ja Würde kannst du A hinnehmen kriegst du das hin äh oh Gott mal richtig schnell weil wir müssen zu den Kisten runter weil die sind beim letzten Punkt jetzt häng ich nicht fest ja ja es ist vorbei ja kriegt der denn nochmal ja ich renne jetzt nach oben zu A da komm ich gar nicht ne ja okay die Taktik war wohl nicht so gut die Warten ey diese armen Brust machst du überhaupt keinen Schaden ey ne das ist voll Dreck ne brauchst du die volle Munition drauf irgendwie ja dann hast du irgendwie so Millimeter irgendwie Schaden gemacht er war ist nicht so erfolgreich deswegen gehts doch sofort weiter hat die Beine auf 50 geil nein das war ne 5 keine 2 ne ne ich hab da keine 0 hinter gesehen ne ne ich auch nicht wenn ich Tab drücke oh es gibt ein C hier okay du willst die wirklich ausprobieren viel Spaß wie du machst das nicht vernünftig okay ich geh nach C rüber tschüss scheiße ich bin ja jetzt gar nicht Robin wen bist du dann ihr seid beide die Klopper ich weiß aber irgendwie ja und John hat der auch weil mal kann ich den eigentlich auch leise weg machen das ist ja lustig das ist ja hier kenne doch jeder ah hier ist der Sheriff oh oh da muss ja mal kurz los ne kann man hier die Tür zu machen nö kann den mal einer bestiehlen äh dahin sind die anderen mit der anderen mach ich glaube ich ja ich hab meine Fähigkeit aber noch nicht aufgeladen ach so ich kann das noch nicht geht das nicht auch ohne unsichtbar ja klar kannst du doch so na ey ja ja ohne ja aber ich glaube dahinten hab ich die vorhin gesehen der kommt da lang ok wir schnappen uns da einfach irgendwas ok wir warten hier einfach warte ich kann den ablenken warte na das hast du wunderschön gemacht tschüss da macht dann der Lille klonen ah mach du das was wo oder weiß was warte ich denke mal ab da interessiert den halt überhaupt nie da interessiert den halt überhaupt nie da tschüss können wir den Stein vom Kopf werfen wo müssen wir jetzt überhaupt hin wollen wir nach A und dann ähm scheiße die Schatzkammer nein der stand denn gerade hinter mir der hat mich blockiert naja du hast es angegriffen glaube ich ähm der rennt jetzt gerade los gemütlich wir müssen zur Garnison naja kann ja mal passieren ahja wo ist die Garnison äh bei B ja mal klar ist die Garnison bei B ey also dieses Team ist jetzt wirklich mal äh leiser mhm so wie wir und wir bringen den jetzt den Schlüssel vorbei äh wie laufen wir jetzt zur Garnison laufen wir jetzt rechts rum und links rum nach rechts rum würde ich sagen ja da können die auch schon direkt auf uns warten ne mhm links ist ne Wache Garnison bei B oder ja okay aber das Team mag ich jetzt mal die sind auch leise unterwegs mhm weiß nicht vielleicht schreien die sich auch gerade an weißt du doch gar nicht Wollen wir als erstes B einnehmen Wollen wir als erstes B einnehmen Gegner von uns oh wir können uns mal B einnehmen ja aber gucken wie wir am besten hoch kommen weil sobald wir mit denen kämpfen sind wir hier im Nachteil ja habt ihr sie gesehen? ne äh oh Leute da da schleicht einer lang gut wir nehmen mal B ein ja da ist einer bei dir oder? ich hab grad da gepinkt da da schleiche ich rum okay ja vielleicht merken sie ja der B einnehmen wurde da kommen sie ja zurück wissen die jetzt eigentlich dafür zu Garnison müssen? eh hier ist die Schatzkammer was ist das denn? die Fähigkeit bringt ja gar nichts der Typ hat dich trotzdem gesehen aber wir haben kein Stil oh hier ist einer hier ist einer bei mir was ist das für eine nutzlose Fähigkeit wenn man sich unsichtbar macht und die ja trotzdem sehen hier ist jemand hier ist jemand ich hab gedacht du verpurgelst mich gerade ne ne das ist mir ein Angestellter ich hab gesagt ey warum brauchst du mich denn so jetzt rum? ich hab gar nicht jemand hinter mir aneinander kommen ja das Problem ist die Gegner sehen also NPC sehen die ich hab den Robbinger ich hab den Robbinger ich hab den Robbinger deren Typ hat okay jetzt sind wir im guten Vorteil okay soll ich die gießen ne? okay nimmst du die wo geh mal raus? wollen wir direkt hier extra hier? direkt hier docks direkt hier unten runter docks wir müssen hier runter oder? na wo nun? da ist ja oben okay wenn das irgendwie hier ist ein Seil da kann der mit ein Seil unterrutschen? mit der Kiste? wo packt er sich den? wo packt er sich den? hier kommt er lang bei mir kommt er lang Krippe runter ich bin nicht so schnell wie hier komm auf die nehmen ein B ein können sie ja machen lauf 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 guck ob von hinten einer kommt was will ja ja ich beeil mich ich warte hier falls mal einer an kommt da unten gibt's da unten gibt's Pfeile ich denk jetzt gerade auch vor uns vor uns vor uns da ist einer da ist markiert ja ja ich brauch Hilfe da alles gut haben wir ja ok scheiße irgendwie war das laut ja scheiße die Wachen kannst du kurz die Wachen scheiße von oben kommen noch welche auf der Treppe auf der Treppe ich hab nur noch 2 AP kacke vielleicht darauf geachtet haben die schon jemand eingenommen Alter wie viel sind denn hier? ich hab natürlich Bier eingenommen ich bin da hier salze ich jemand ab wer kommt durch? ich bin tot ja gut da ist doch doof uuuh alter scheiße kann einer Wachen einnehmen wenn der Zeichen steht ja ich bin unterwegs jetzt ich bin grad nur durch ein paar Wachen hier durchkippeln ich bin grad nur durch ein paar Wachen hier durchkippeln boah da kommt so lauf rennen ich wollte gerade noch Dings einnehmen aber auch scheiße kommt der Sheriff Alter ich nehm B ein ich verfolge grad so'n ich hab grad noch die gegnerische Marianne hab ich gerade noch getötet aber ich hab gleich ein paar AP mehr vor Hilfe hier so ein John im Hafen ist da ok wir haben B eingenommen wir kommen ich hab die ganz gut aufgehalten bisher sehr gut äh komm ich nix ein mhm hatte hier leider ein Match mit den scheiß Viechern ah die haben Bogenschützen auf der anderen Seite positioniert vom Dock ja genau das hatte ich eigentlich auch vor ja ich hab' kein Ausdauern mehr oh wo sag'n du du bist du 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 bist du 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 Also zum John sagen... Soll ich Kurbel machen? Ja, Raccoon ist langsamer. Bogenschütze ist... über uns, aber... naja gut. Mein Gott, ich drück doch Space! Warum geht's denn? Da kommt einer, die wir mal runter! Ich drück doch kack Space! Ja, ich hab keine Ausdauer. Wenn du keine Ausdauer hast. Ach, scheiße, das war's. Ich hab den... Ach, geht mir das jetzt auf den Zeiger hier. Oh, ich hab den gegnerischen Tuck noch getötet. Wir haben noch B-Guard gehabt. Momentan nur noch John da. Ich hab Marianne und Tuck getötet. Ginge fest. Dann gehst du hier weiter. Warte mal. Warte mal. Also da dürfte nur noch einer kurbeln. Okay, so unterwegs. Wir müssen ein paar Wachen mit. Ja. Die Unterstützung ist da. Ah, die haben wieder B. Ja, ich versuch grad ein B einzunehmen. Okay. Ich dachte, dass ich ein B hier vorbeikomme irgendwo. Oh ja. Ja, ich versuch. Oh, der Dicke. Alter. Der Typ hat mich mit einem Schlag getötet. Mhm. Hier oben. Hier ist der Mönch. Armer platt. Und die sind raus. Auch nicht wirklich. Kann doch nicht wahr sein. Siehste, wenn Leute taktisch spielen, ist Robin wichtig. Das stimmt. Ach komm. Du kannst ja auch, wenn du gut positioniert bist, kannst du die dann immer wieder von weiten wechseln. Stimmt. Ach komm, da ist auch noch eine Runde dran. So. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Wir stehen den Sheriff. Schön gemacht. Oh, hier kommt einer. Wo ist er denn? Komm hier. Gott, ey. Gott, ey. Gott, ey. Gott, ey. So. Mal kurz hier eine Granate mitnehmen. Okay, ich versuch mal. Ich kann ja mal versuchen ein C einzunehmen. Ja klar. Du drehst dir die zu mir oben. Ja, Alter. Wenn ihr ihn auf der Treppe wirft. Ich hab ihn oben auch geworfen. Die sind auch im Dorf. Die haben ein C. Ich versuch mal ein C rüberzugleichen. Oh, das waren wir. Da. Ich bin genau vor C. Sind die Gegner bei euch? Da rennt ein Ambruchsschütze dir hinterher. Das ist alles. Hm. Da spannt einer. Ja. Da spannt einer einen Bogen, ne? Ja, gegenüber. Aus dem Dings raus. Hier ist auch einer. Warte. Oh, äh. Tschüss. Hab ihn. Wax, ich weiß eh. Irgendwo stand ja noch die Marianne rum. Ja, die nehmen C an. Ja, der John von denen ist down. Ne, da ist noch ein John. Ja, zumindest einer. Ähm. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. Ich kann bei C nicht spawnen. Das ist nicht so viel. Ah ja. Ich bin unterwegs. Ich dachte, du schaff das noch. Ich bin tot. Oh Gott. Alter, von wo? Einer läuft bei A rum, ne? Der macht den Rest. Die lenken uns hier ab. Dragoon? Hä? Ich kämpfe gerade in die Marianne. Ja. Alle sind hier. Scheiße. Team C ein gerade. Scheiße. Der kam noch. Scheiße. Der ist schon auch noch angehüpft. Ja, klar. Nice. Was? Ja, natürlich. Komm doch von hinten. Als ob die sich so gut absprechen. Ja, muss wohl. Okay, wir sind einfach so schlecht. Wir sind einfach so schlecht. Wir sind einfach so schlecht. Nimm mal gut mit. Oder? Ah. Ähm. Hier rechts in der Seite. Die kommen zu mir. Boah. Die sind am unserem Spawnsum. Ja, ich bin tot. Die machen hier Spawncamping schon. Ja, super. Wir müssen noch einen anderen Spawnpunkt. Jo, wir haben gleich B. Ja, die kommen über das Lager von hinten über die Treppe. Äh, Brücke. Genau, der verfehlt gerade. Die kommen. Alter. Ey, ich war im Busch. Der sieht dann sofort das. Ja, kommt von hinten. Jemand passt auf. Oh. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Oh. Der ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zu dunstend laufen. Das hilft, ja. Ah. Ich kann doch nicht bewegen. Da kommen wir nach meinem Haumammut hin. Los, Böde. Ah. Alter, Schäde. Ähm. Ich glaube, wir müssen das erstmal lange auch irgendwie sammeln oder so, oder? Mhm. Oh, du lebst noch. Ja, ich brauche Hilfe. Kommt ihr? Nee. Okay. Kommt ihr auch nirgendwo auf der Mauer noch hoch. Und dort waren zwei Mann schon wieder hier. Boah. Sie sind aber anstrengend, ey. Ja, der eine mit seinen Sprengpfeilen da, der sieht dann sofort irgendwie... Wir müssen auch echt immer unsere Granaten mitnehmen. Das hilft eigentlich ziemlich gut. Naja. Links steht immer noch hier John rum. Mhm. Nochmal auf Böde warten, oder? Naja. Kann sein. Ja, der, 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 der ist vor mir. Mhm. Der steht, der steht mit dem Gebüsch drin. Wo? Ja. Der hat schon mal seine Granate. Ich weiß halt nicht von wo. Ah, Alter. Hat schon. Wir haben, wir haben da drin noch was sitzen. Robin ist irgendwo. Ja. Ich bin auch schon tot. Ihr könnt euch auf B spawnen. Der hat noch gar nix spawnen, ja. Der hat immer B. Ja, der steht von mir! Da drin, ja. Kann nicht spawnen. Ah, umstritten ist es gerade. Wo sind die? Hier, hier, hier. Bei mir. Okay. Kommt man den, kommt man hier nicht auf die Mauer? Ja, auf A ist einer und einer ist auch noch hier hinter der Mauer markiert. Ja. 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 Ich wurde gemäuchelt. Die sind zu zweit. Mit dem Schlüssel. Auch da. Die hat nicht mehr viel. Alter. Ja. Ich kann das ausweichen bringt einfach gar nichts. Klar, der hat immer wieder Heilung. Ja. Ich geh doch kacken. Wie denn? Ey. Wie schnell kann man denn? Ja, bitte. Das kann doch nicht sein, wenn ich den Schlüssel anziehen. Ach komm. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht haben die schon irgendwelche Perks, die das machen bei dem Level. Ich hatte jetzt auch keine Ulti mehr. Äh, keine Final mehr. War schön aus dem Gebüsch mit, mit, mit John geht das eigentlich relativ gut. Muss nur warten. Gibt's da nicht, ey. Das geht einem schon ein bisschen auf den Zwören, ey. Also wenn man auch so gar keine Sonne hat, weil die so, das ist doch scheiße verteilt dann. Ist denn mit dem Schlüssel hier reingegangen? Ja klar. Mal, ich glaube von hinten. Wir liegen da doch nicht ganz zu. Danke. Da rennt. John kommt von hinten. Die nicht pullen, vielleicht? John on forever! Hm. Alter. B, der kann mich von hinten festhalten. Wie kann der mich denn von hinten fest... Die gehen wir aber echt auf den Pist ein bisschen, ne? Äh, bei mir ist ein John. Am spawnen. Komm. Ja, ich kann nie da spawnen, weil immer wer da ist, ey. Ich hab mich noch nicht drüber. Ich hab jetzt nicht einmal in dem Spawn gespawnt. Ich, ich habe nicht gespawnt, genau. Da! Okay. Ich kann da einfach nix machen. Ich kann da auch nix machen. Böde, mach mir auf. Irgendwie fehlt mir ja gerade, dass ich hier irgendwie über Mauern klettern kann. oder so. Äh, danke. Da schleicht sich durch. Ja, ich geh schon wieder Pfeile von hinten ab. Was? Ich weiß nicht von wo. Ich fall einfach rum. Wir haben hier draußen glaube ich einen. Ne, hier drin. Bei mir. Okay. Keine Ahnung. Hä? Ne, der, der ist da drin. Ja, hier drin ist ein Bogenschütze. Okay. Oh ja, klar. Na scheiße, das Tor ist zu. Ah, ist schon wieder weg. Wollen wir versuchen den Punkt wieder einzunehmen? Hier ist ein Ron vor mir. Ah. Mehrere Leute. Hat nicht mehr viel. Alter, ich kann einfach nix machen. Ach komm. Die Frustationsplätze steigt aber hier ein. Ich hab ja Pfeile mehr. Können wir immer von vornherein ein Matchmaking einbauen? Ja. Das ist ein Matchmaking, da sind die schlechten. Wir müssen. Klar. Schnell, schnell. Die greifen mich sonst an. Mach doch ein, du armer. Ja, schieß doch nicht. Ich bin tot. Ich halte euch nichts mehr auf. Danke. Ja, das war das Problem. John, es ging über drin. Ich bin gespannt. Junge, 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 Junge. Ist der immer noch ein Busch? Ja, ja. Ich weiß auch nicht wo. Ich seh den nicht. Oh, der Sheriff ist da. Der ist tot. Cool. Oh, hinter mir. Ja, ist geblockt. Aber. Wo ist das denn? Ey, ich warte im Gebüsch. Habe ich ihn getötet? Äh. Ne, ich glaub da war die Granate. Und wenn die Garante geworfen hast, dann ja. Ja, ja. Ja. Bist du, ähm. Wo ist jetzt eigentlich der Schlüssel gerade? Die haben schon den Schatz. Die haben schon den Tour. Der ist schon unterwegs, oder? 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 Bist du agi? Ja, hier sind welche. Ja, hier sind welche. Ich hab welche. Ja, alleine bleib ich hier nicht. Dann komm ich mit. Wir sind hier unten in den Blocks. Scheiße. Ich hab fast den Mönch gehabt. Der Mönch muss zurück. Ah, Mann. Na? Was habt ihr gemacht? Na, ich sterbe Robin. Ja, der hat mir auch direkt einen Schuss verpasst. Weil ich tot. Danke. Ey, die sind echt gut. Die sind so lange... Au, was steht drüber? Du bist Kackvieh. Was steht hier rum? Warum ist die denn bei mir? Was? Hier ist jemand? Alten. Die Olle läuft da immer rum. Ja. Ich hab keine... Ich brauch da gar nicht auftauchen. Ich krieg sofort einen Schuss. Da bin ich tot. Ist hier vorne? Ja, die ist da irgendwo irgendwo. Jetzt hier auf der Brücke. Boah. Boah. Ich krieg Falle zurück. Mhm. Du weißt auch nicht, wo der Typ ist. Oben. Oben runter. Die machen einen alle fertig. Die sind so gut zusammen. Ja. Komm, wir sind besser. Höhöhöhöhöhöhöhö. Ups. Ich glaub, John ist auch meine Klasse. Ey, beziehungsweise Robin. Irgendjemand ballert eure Pfeile irgendwo. Okay. Ich hab die äh... gegnerische Marianne getötet. Ja, irgendwo. Ich muss mal kurz Pfeile holen gehen. Na. Oh, ich glaub, der Dicke kommt andere um. Oh. Wieso kommen wir nach dem? Nein, ey. Ah, wollt ihr A einnehmen? Naja, ich will A nehmen. Der kommt jetzt nicht um. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Oh nein. Oh nein. Ah. Bin leicht tot. Geh doch schneller. Ja. Ja. Unser... Hettenteil da. Du Arschkrampe. Ich hab den auch. Ich hab dem auch noch nen Headshot gegeben. Namen Fuchs. Ja. Wie geht's dir? Hab dem auch noch nen Headshot gegeben. Ich geh wieder nach B rüber und Sniper rüber. Alter, bei mir. Die muss. Röde, kommen wir zurück. Ah. Ja klar, der Dicke. Komm ab. Ja, der hat mich getötet. Ja, was kämmt der denn jetzt hier rum? Ach man. Die holen A zurück. Aber die kurbeln auch. Also gleich haben wir keine Platz. Ja, jetzt kommt der hier an. Ich hab A. Äh. Scheiße, da ist ein Segel vor. Ich kann nicht sehen. Wo ist der andere Robin von denen? Der kommt gleich bei A. Nein. Achso, niemand fertig. War keiner bei A. Ich dachte einer von euch wär da gewesen. Ja, ich hab... Ich konnte ja nicht hingucken, weil da ein Segel genau vor war. Ich konnte ja noch nicht spawnen. Hey, Alter. War aber nur einer? Eben bei meinem Spawnpunkt? Ja, Böde. Ich hab ja gesagt, komm zurück, die alten Süße. Ja, hab ich doch den. Ich hab den doch getötet. Ich hab den doch wieder geholt, den Spawnpunkt. Ja. Aber der hat mich vorher noch umgebracht. Naja, so. Das soll dieser doch erstmal gewesen sein. Deswegen, falls es euch gefallen haben sollte. Wir haben 10 Dollar bekommen. Cool. Dann lasst gerne einen Like da und schaltet es beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Verdammte Axt aber auch. Das ist aber auch so ein Spiel, da kann ich echt irgendwann sauer werden. Ja. 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 Ja.